Die Erne AG Holzbau ist Teil von der Erne Holding. Da gibt es zwei große Bereiche, Erne Bauunternehmung und Erne AG Holzbau. Und wir als Erne AG Holzbau verstehen uns eigentlich als technologische Entwicklungs- und Realisierungspartner und versuchen eigentlich optimale Lösungen für unsere Holzbauprojekte zu finden. Wir stehen hier in einer der Produktionshallen der Erne AG Holzbau. Für die Stadt Frankfurt bauen wir zurzeit ein riesiges Schulgebäude als Totalunternehmung für 2.200 Schüler und jeden Tag verlassen hier fünf solche Module mit 18,50 Meter Länge die Hallen und fahren nach Frankfurt und werden dort zu einem kompletten Gebäude zusammengefügt. Hier ist es auch wichtig die Raumluft für die Schüler im Griff zu haben, vorher zu wissen, was man macht. Und wir haben im Rahmen von einem InnoSwiss-Projekt und einem Bafu-Projekt ein Tool entwickeln dürfen, um Emissionen in der Raumluft besser bestimmen zu können. Das Tool ist aber leider nicht ganz fertig geworden und jetzt kommt eigentlich das Hightech-Zentrum Aargau dazu, das uns genau da unterstützt hat, das Tool fertig zu entwickeln, mit dem wir fähig sind, solche Emissionen in der Raumluft wirklich im Vorfeld bestimmen zu können. Für uns als Erne AG Holzbau war die Zusammenarbeit mit dem Hightech-Zentrum Aargau sehr wichtig. Sie war sehr gut, sie hat sehr gut funktioniert und ich kann eigentlich nur empfehlen, diese Möglichkeiten des Hightech-Zentrum Aargau zu nutzen und somit Herausforderungen des Marktes auch wirklich anzunehmen und gute Projekte damit zu generieren. Herzlichen Dank dafür! Das Titelbild zeigt eigentlich wenigstens die Vielfalt, die wir im Moment abdecken. Spezielle Projekte, die wir machen, wir machen eine Schule in Nürnberg, wo wir gemacht haben, Aufstockungen, wir machen OP-Säle, alles vorgefertigt, speziellere Sachen wie das Aarghtech-Lab an der ETH, wo wir robotisch gebaut haben oder auch ganz spezielle Sachen für Herzogdömmer oder Südpark in Basel. Das zeigt eigentlich so ein kleines Portfolio, das wir machen, ist sehr breit aufgestellt. Da sind wir eigentlich nicht immer gewesen. 1906, für die, die es noch nicht kennen, ist die Firma Erne gegründet worden, von Josef Erne Speiser als Baugeschäft mit vier, fünf Leuten. 1945 hat man dann Fensterfabrikation und eine Zimmerei dazu gekauft und aus dem aus ist eigentlich der Erne Holzbau entstanden. 1965 hat man das dann trennt in zwei Bereiche, in der Baugunternehmung und in der Holzbau. Und haben dann 1995 angefangen aus dem Barackenbau, wo man eigentlich da ein wenig sieht, wirklich Modulbau zu machen. 2015, einer der grössten Roboter in Europa installiert, der das Achtech-Lab gebaut hat, haben dann 2017 das erste Holzhochhaus mit 36 Meter gebaut in Surstoffe und 2018 eins mit 60 Meter im Holzbetonverbundsystem, wo auch eine Entwicklung über InnoSwiss-Projekte, KT-Projekte entstanden ist und uns eigentlich auch die Möglichkeit gegeben hat, auch im Ausland, damit jetzt Punkte, wie das Frankfurt eigentlich auch zeigt. Gut, heute haben wir ein Holding, sind knapp 1050 Mitarbeiter beschäftigt in der ganzen Gruppe und der Holzbau allein hat um die 300 im Moment. Die Firma Husner ist auch ein Holzbau, klassischer Zimmer, ein Elementbau. Wir sind ein wenig industriell unterwegs, auch da sind es nochmal 50 bis 60. Also so 350 bis knapp 400 Mitarbeiter sind im reinen Holzbau beschäftigt. Gut, um was geht es denn? Das Thema, das uns eigentlich immer beschäftigt hat, seit 2006, wo wir einen Sanierungsfall hatten wegen Raumluft, haben wir uns entschlossen, es kann so nicht weitergehen, damit irgendwie das Know-how uns aneignen und die Möglichkeit haben, da was zu machen. Früher hat man undichte Bauwiesen gehabt, die überall durchgepfiffen. Wenn man eine Kerze aufstellt hat, ist sie ausgegangen oder sie hat geflackert. Die Bauwiesen sind dichter geworden. Was natürlich dazu geführt hat, dass sich die Luftlinie gar nicht mehr so wechselt. Das Lüftungsverhalten hat sich nicht geändert. Das heisst, wir hatten zehnfach geringere Luftaustausche als früher. Und das ist immer noch so heutzutage, auch bei Neubauten, wo wir haben. Die Leute sind die Lüfter einfach nicht. Das heisst, die Empfehlung heute geht eigentlich in die Richtung, ja Lüftungskonzept. Wir machen auch Lüftungskonzepte, gehen die mit dem Gebäude ab. Ob das manuell ist oder irgendwie gesteuert mit der Lüftungsanlage, das muss man dann entscheiden. Aber grundsätzlich gibt es immer einen Lüftungsplan dazu. Das hilft aber auch nicht wirklich weiter. Man kann mit Lüften viel machen. Thema Formaldehyd, das ist etwas, das in München ein Riesenthema war. Und auch das ist das Thema, das uns in Frankfurt dann eigentlich weitergeholfen hat. Aber es kann keiner so richtig vorhersehen. Es sind alles, was man heute baut, Buchgefühl entscheidet. Man baut nach bestem Wissen und Gewissen, weiß aber nicht, wie sich das auswirkt im Gebäude. Und witzig findet ja eigentlich der Satz, klar, den kann man nicht auf der Neubau näher. Aber Formaldehyd-Konzept oder über den Beheilf für ihn, gilt es mit Sanierungsmaßnahmen zu senken. Eigentlich sollte ich doch schon vorher wissen, was ich mache, bevor ich mit der Sanierung anfange. Das war eigentlich so ein Thema. Und das andere Thema ist eigentlich das, was uns dann verfolgt hat, ist das TVOC-Problem, nebst dem Formaldehyd, wo dann durch die Werte eigentlich da unten sind, zwischen 300 bis 1000. Und alles, was dazwischen ist, muss man Einzelstoffe betrachten. Hier unten sind wir bei einer sehr guten Raumluft. Man muss aber dazusagen, man muss auch wissen, dass die Grundbelastung in der normalen Luft, die liegt schon bei 200. Also, wir haben da gar nicht mehr so viel Luft zum Reagieren. Wir haben noch 100 Mikrogramm zum Reagieren im Bauwesen. Die meisten Gebäude, wenn sie neu sind, liegen irgendwo da drin, bei 800 plus minus. Wenn man es gut macht, wenn man es schlechter hat, rutscht man eigentlich schon in die Richtung hinein. Und es braucht einfach seine Zeit, bis das ausgelüftet ist. Das ist eigentlich so das Thema. Zwei Artikel, was man eigentlich heute so machte. 2016, man hat eine Schulbaut in München, die hätte Unternehmer wieder komplett zurücknehmen müssen. Man hätte das Gebäude einfach nicht abgenommen. Das Gleiche, das ist ein Beispiel aus der Schweiz. Man hätte eine Schulbaut und einige Wochen nach Erstbezug hätte es Probleme gegeben. Das hat man saniert mit Schaufholen. Und das kann es ja nicht sein. Man macht irgendwas und das hat uns eigentlich so beschäftigt, dass wir das Tool entwickelt haben. Wir haben dann innerhalb von Bafu und vom InnoSwiss-Projekt festgestellt, wir sind relativ einfach tragen. Oberflächen sind das Problem, brauchen wir nicht. Das ist der Grundaufbau vom Element. Also alles, was im Element drin ist, wirkt sich natürlich auch aus auf die Raumluft. Das haben wir zuerst mal herausfinden müssen. War nicht so ganz einfach. Das haben wir aber geschafft. Aber dafür wollen wir jetzt die Toolen gelitten. Weil wir haben relativ viel Know-how erlangt über die Aufbauten. Aber das Tool ist nicht nachgekommen. Und das Nächste ist natürlich, wenn man mit Holz baut, muss man wissen, was macht ein Kiefer, was macht eine Tanne, was macht eine leere Fichte im Innenraum, wenn man über Holzoberfläche spricht. Das sind einfach so ein paar Beispiele. Und was man auch noch wissen muss, ist, dass die Emissionen, die rauskommen aus den Baumaterialien, wenn ich die Raumluft von 23 auf 26 Grad hochnehme und um 3 Grad erhöhe, dann erhöht sich die Emission um das Doppelte. Das heisst, die Raumluft ist gerade doppelt so schlecht, wenn man nur 3 Grad hochfährt. Was wir dann gemacht haben, wir haben das Tool entwickelt. Und das funktioniert eigentlich so, dass ich heute einen Konfigurator habe. Ich kann die Raumgröße eingehen und ich kann da verschiedene Aufbauten auswählen. Die Decke, Boden und die einzelnen Wände. Und dann kann ich eine Auswertung machen über die Woche oder über das ganze Jahr. Das ist jetzt klassisch Holzoberfläche an der Wände und an der Decke. Und dann spuckt es mir da über das Formaldehyd vom Holz. Das ist ein natürlicher Prozess aus. Das ist die Kurve. Die Linie da ist eigentlich die Linie, wo das BAG vorgibt. Das Bundesamt für Gesundheit. Und da liegen wir eigentlich glatt drüber. Ist das jetzt tragisch oder nicht? Weiss man nicht. Ist gesundheitsgefährlich oder nicht? Weiss man nicht. Aber man liegt drüber. Wenn man jetzt eine Messung macht nach vier Wochen, wie es in der Norm drin steht, dann habe ich einfach das Problem, dass ich irgendwo in diesem Bereich misse. Und dann wird das Gebäude wieder abgenommen. Warte ein halbes Jahr, bin ich drunter. Das ist ausgelüftet. Das Gleiche gilt für die TVSC. Und wenn ich jetzt hergehe, also das kann ich jetzt natürlich sagen, funktioniert nicht. Der Architekt, der Bauherr will viel Holz haben. Dann sage ich, schau, du wirst das Problem haben, das erste halbe Jahr. Du musst dich einfach damit abfinden. Oder auch nicht. Oder du sagst, ich will sowieso eine weisse Wand haben, dann gehen wir auf Gips. Dann gibt es einen anderen Wandaufbau. Dann gibt es die falsche Folie. Sehe ich gerade? Genau. Nein? Doch. Gips. Ah, da habe ich jetzt das Falsche gemacht. Dann ist die nächste Folie. Aber dann gibt es eine andere Auswertung und die kann man dann gegenüberstellen. Das sind nämlich die zwei in Formaldehyd. Das ist die mit der Holzoberfläche und das ist die neue in Formaldehyd. Da sieht man die Linie. Das ist alles viel weiter tief. Das heisst, ich sehe sofort, was passiert, wenn ich mit dem Material herumspiele. Und das Gleiche gilt für das TVOC. Da ist auch die Kurve ein wenig tiefer, aber da geht es noch ein wenig tiefer rein. Da sehe ich auch, welche Werte das wo genau ausschlaggebend sind. Und so kann man durch bessere Vorhersagen treffen im Planungsprozess. Und dann sind wir eigentlich da. Wir haben jetzt ein Tool, das auch von der BFH in Wiel ganz klar gesagt wird, das gibt es im Moment nirgends. Das ist neu, komplett. Es hilft uns, Prognosen zu machen im Vorfeld in der Planung und so den Bauer zu unterstützen. Und auch die Architekten zu unterstützen und wirklich genau wie Aussagen können zu treffen. Funktioniert das Gebäude auf Tramluft bezogen oder funktioniert es nicht? Und ab wenn macht es Sinn, dass man die Schüler hinlässt. Sind es vier Wochen, sind es acht Wochen, sind es zwölf Wochen? Je nachdem, was für Materialien das ich einsetze. Das ist eigentlich so das, was ich damit will sagen und zeigen. Ich hoffe, es ist ein wenig übergekommen. Die Thematik, wie gesagt, 2006 forschen wir an der Raumluft rum. Und das sind sechs Minuten Arbeitsplätze. Das ist gar nicht so einfach. Vielen Dank für diese Präsentation. Hat dieses Prognosetool eine Rolle gespielt? Kommen Sie etwas näher beim Auftrag in Frankfurt? Ja, das ist eine sehr lange Geschichte eigentlich. Ich habe leider nicht viel Zeit. Ich sage nur, die Geschichte ist in München losgegangen. Die Stadt München ist eigentlich sehr restrikt, was diese Vorgaben betrifft. Und die Stadt Frankfurt hat sich in München erkundigt, mit welcher Firma die Stadt München gearbeitet hat, damit die Raumluft erfüllt wird. Und das war dann eine Bedingung. Und die zweite Bedingung war eigentlich der sommerliche Wärmeschutz mit dem Holzbäder und Verbundsystem, das auch über ein InnoSwiss-Projekt weiterentwickelt wurde. Und diese Kombination Holzbäder und Verbund und das Know-how über die Raumluft hat eigentlich schlussendlich zum Auftrag geführt. Und wo wird das in der Schweiz jetzt eingesetzt? Bei jedem Schulgebäude. Bei jedem? Kindertagesstätten, Schulen. Der Herr Hürzauer hat das gewählt. Er baut die ganze Schule um. Überall bauen sie in einen Schulhäuser, an anderen Norden werden Schulhäuser abgerissen. Immer dann, wenn wir nicht sicher sind, ob das so funktioniert von den Oberflächen her, dann wird das eingesetzt und dann machen die Gegencheck und dann müssen wir es wirklich aufziehen. Noch eine generelle Frage. Ich sage, die Schadstoffemissionen der Baustoffe, nehmen die generell zu oder ab oder sind sie stabil? Ich glaube, sie sind stabil. Was sich aber ändert, ist die Sensibilität der Leute dazu. Die Leute ändern sich und die Baustoffe bleiben. Genau. Ich habe mir wieder etwas gelernt. Ich bin aber nicht sicher, ob sich alle Leute ändern. Das ist unmöglich. Was klar, Herr Eggemann ist der Experte. Der hat der Firma Erne AG geholfen, dieses Tool zu entwickeln. War es schwierig? Es war schwierig und sehr tief aufwendig. Es war eine tief umfangreiche Machbarkeitsstudie. Und am Ende, wir haben es im Film gehört, das Tool wurde nicht fertig. Man hat sehr viel Energie in die Baustoffanalysen gesteckt. Und der Sinn der Machbarkeitsstudie war eigentlich, das Tool fertig zu machen. Dass man ein praxistaugliches Instrument hat, wo man eben auch Klimadaten einbeziehen kann und Temperaturschwankungen und Feuchtigkeitsschwankungen einbezieht. Die Baustoffbibliothek erweiterte, sodass man im Prinzip das Tool wirklich in der Praxis einsetzen kann, dass man ein fixwertiges Produkt hat. Und das hat geklappt, ja. Und das war eines der grösseren Projekte vom Hightech-Zentrum Arga? Nein, nicht für das Hightech-Zentrum Arga, aber im Rahmen von einer Machbarkeitsstudie war es ein grosses Projekt. Es war kein InnoSwiss-Projekt, sondern eine Machbarkeitsstudie. Und die war relativ gross. Da gab es ziemlich viel Eigenleistung auch von Erne, von Mitarbeitern, aber auch von der Hochschule, die sich sehr vorbildlich eingesetzt hat. Und auch mit Eigenleistung und sehr schlauen Ideen eigentlich das Tool vorangebracht hat. Ohne Hightech-Zentrum hätten Sie das nicht realisieren können? Da hätten wir uns auf das Know-how, das wir gehabt haben, zurückgezogen.